Bilder, bei denen irgendjemand aber richtig versagt hat. Dieser Kühlschrank ist total uneffektiv, oder? Name hier, Name hier. Ich verstehe, ich verstehe. Jungs, ich war auch nie gut in einem Förmchenspiel, aber so schlecht. Alter, die sieht voll traurig aus, die Ampel. Da, Hände zu waschen ist bestimmt total entspannt. Schon wieder jemand, der des Förmchenspielens nicht würdig ist. Das Ding ist so kaputt wie meine Twitch-Streams. Total sicher abgeriegelt oder so, ne? Sicher, dass das linke Fenster noch alt ist? Muss man das jetzt verstehen oder ist es egal? Interessante Speisekarte auf jeden Fall.